Mit gerade mal 18 Seiten zählt dieses Dokument zu den kleinen Fischen. Aber selbst hier ist es schon eine lästige Blätterei, wenn Sie mal eben einen Blick in Kapitel 4, dann Kapitel 2 und schließlich in den dritten Unterpunkt von Kapitel 3 werfen möchten. So geht's schneller. Setzen Sie im Register Ansicht das Häkchen vor Navigationsbereich, der daraufhin am linken Fensterrand erscheint. Um ihn anzupassen, packen Sie am rechten Rand zu und ziehen den Bereich mit gedrückter linker Maustaste auf die gewünschte Breite. Word listet alle Textpassagen mit Überschriftformatvorlagen auf, was leider schnell unübersichtlich wird. Wenn Sie nur die Kapitelüberschriften, in diesem Fall also die Formatvorlage Überschrift 1 sehen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Bereich und wählen in dieser Liste die gewünschte Gliederungsebene, so sieht das schon übersichtlicher aus. Aber für das eingangs erwähnte Blätterbeispiel erweitere ich die Anzeige auf Ebene 2. Alle Einträge im Navigationsbereich sind Hyperlinks. Ein Klick und Word beamt Sie ans Ziel. Kapitel 4, Kapitel 2 und dritter Unterpunkt von Kapitel 3. Ein weißes Dreieck weist auf weitere Unterpunkte hin. Ein Klick auf das Dreieck blendet Sie ein. Das weiße Dreieck ist schwarz geworden und zeigt schräg nach unten. Ein Klick darauf klappt die Unterpunkte wieder ein. Statt der Dokumentstruktur können Sie übrigens auch Miniaturseiten anzeigen lassen. Per Klick wechseln Sie zur gewünschten Seite. Untertitelung des ZDF für funk, 2017